Hey und Willkommen zu einer weiteren Runde PlayerUnknown's Battlegrounds zusammen mit Klaus. Bewerte den Part und wie immer viel Spaß! Schieß ihn! Töne ihn! Oh, da oben ist wer, da oben ist wer. Auf dich oder auf mich? Hab ihn einmal. Er rennt weg, er rennt weg! Oh scheiße, wird getroffen. Aua! Ja, der Typ, den ich vorhin anballern wollte. Ja, ja. Gib mir 15 Minuten. Okay, ich bin in Sicherheit. Ich hab Verbände. Der wird mich jetzt holen. Der wird mich jetzt einfach holen. Ich hab jetzt zwei Waffen. Ich hör ihn. Wo bist du denn? Hab ihn, LOL! Hab ihn, was ein Schuss! Er ist tot. Okay, da der andere kommt! What? Von wo? Ich hab einmal getroffen nur. Er ist vor dir, er vor dir. Hab ihn, ein Schuss. Was ist denn los bei mir? Du bist doch ein Gott! Der Rest der Runde war scheiße. Also ab zur nächsten, ihr geilen Klumpen. Da wird wer was auf dich. Von du war es das, ne? Was? Nein. Da links eine Granate von irgendwem? Ja, von mir. Wo? Wenn da wer gekommen wird. Okay. Was haben wir ausgelöst? Was haben wir ausgelöst? Alter! Haben wir den Krieg ausgelöst? Da schießt jemand! Wir müssen mitmachen! Oh ne Ska, danke. Lecker Schmecker. Mit 30 Schuss. Oh lecker. Ah, er ist hier! Wo ist er? Hier in dem Container. Hab ihn, hab ihn, er ist tot. Hatte der keine Waffe, oder was? Doch, doch. Da! Lol! War A einmal getroffen, bei W war der. Bei W. Bei W. Okay, ich bin gleich weiter. Die zwei sind nicht wo der Maid ist, aber die sind wahrscheinlich beide hinten. Alter, der hätte mich so überraschen können, aber ich hab den echt früher gesehen, als er mich. Ah, ich seh einen. Bei Beruga. An dem blauen Dürmchen. Ich seh's. Ich seh's. Nice. Okay, ich geh mal nach rechts hin. Ich komm mit dir. Genau, da hab ich ihn übrigens auch gesehen, da war das. Ich bin auch geschossen von links, ein bisschen. Oh. Auf mich wurde jetzt auch geschossen, aber kein Plan. Von wo? Nicht, nicht. Da wirst du angeböllert. Ah, ich seh ihn drauf. Da ganz hinten drauf. Oben drauf bei 290. Weil gerade da ist er. Der ist sau weit weg, alter. Praktisch zwischen dem roten und dem blauen oben. Da soll der sein? Ja, rechts. Ja, ich hab ihn ja da gesehen. Rechts, den mit dem blauen ist der. Also sehr weit hinten. Kommt er bestimmt gleich runter. Geht auch ein bisschen näher dran. Da, er ist wieder da. Fuck, von hier unten seh ich nicht. Oh fuck. Oh fuck. Oh jaja, die Granate ist gut, die Granate ist gut. Nee, schade. Okay. Stürm? Meiner ist gestorben, meiner ist gestorben. Verblutet. Ah. Okay, wir müssen den jetzt holen. Passt auf. Links, links, links. Komm mal. Ich glaub er ist rechts. Ich hör glaub ich rechts was. Hinter uns sozusagen. Komm mal raus. Bleib du kurz hier. Ja. Okay. Seh ich nicht. Warte, ich werf ne Granate da hinten hin. Den nicht. Ich glaub er ist der einfach nicht. Na dann lass mal ganz schnell zum Drop fahren, oder? Ja. Äh, 8-fach Militärweste, 3 MK14 wieder. Boah geil. Wenn du die nicht willst, spiel sie gerne. Ist das die Sniper? Jaja. Oh, ich verwechsel das immer. Natürlich will ich die. Ah, er ist da offen. Darf ich sehen? Warte. Headshot. Hab ihn. Er liegt. Er liegt. Er liegt. Er ist tot. Kopfschuss. Also ich muss ihn finischen. Da, da ist er. Hab ihn, hab ihn. Kopfschuss. Alter. 195 war der. Was macht er denn da? Ja, das war sein Maid. Was macht er denn da? Was macht er denn da, Alter? Bist du sicher, dass es sein Maid ist? Also er ist zwar instant down, da spreche ich dafür. Aber die haben sich ja auch mit der Maid. Da ist ein Buggy. 165. Hat gehalten. Sind nach rechts weggelaufen. Ich seh den Buggy nicht. 165. Ah, jetzt seh ich ihn. Die sind nach rechts weggelaufen. Die sind nach rechts weggelaufen. Da sind sie noch. Die sind nach rechts weggelaufen. Okay, ich seh sie nicht. Ja, hier am Baum, am Baum, am Baum. Ja, ich komm, ich komm, ich komm. Alter, beide snipen auf mich. Oh Gott, oh Gott. Ah, da. Rechts. Okay. Hab ihn zweimal nochmal. Hab's gesehen. Ah, er läuft. Einmal. Zweimal. Hab ihn. Dreimal. Was macht das Auto? Töte ihn nicht, töte ihn nicht, töte ihn nicht. Es tanzt. Nee, nee, nee. Halt ihn nicht vor. Das Auto tanzt bei mir. Ich aim jetzt wieder ab. Warte, ich aim wieder ab. Dann an den Baum. Okay, ich seh ihn, ich seh ihn. Rechts oder links? Äh, am... Ah, am... Er hat mich hinter... Stört noch nicht, stört noch nicht. Hab ihn. Ah, nice. Hab ihn. Nice. Siehst du das nicht? Das Auto hat gerade rumgetanzt. Nee, nee, bei mir nicht. Ich glaub, du hast ihm das Dings abgeschossen, den Helm. Das Dings. Jaja, der hatte keinen Helm, genau. Also, ab jetzt werden wir nur noch voll geboostet reingehen. Ich hab so viel Schmerzmittel für irgendwie vier Runden oder so. Fuck, Alter. Der hat mir noch einen Headshot gegeben, bevor ich ihn gekriegt hab, der Wichser. Tja, er hättest mal gewartet, ne? Dann hätt ich ihn einfach weggesnackt. Aber der dachte sich, ich peek einmal links und schieße nach rechts. Und dann war ich überfordert. Damit kriegt man mich. Hat er schon gedroppt? Keine Ahnung, ich guck nicht hin. Was wäre jetzt mit dem Drop? Wenn der genau über uns wäre. Da sind welche. Doch, genau über uns. Bei 140, bei 140 sind welche ganz hinten. Bei dem Buggy. 140, 140. Bei dem Buggy sind die. Ah, ja. Ich seh sie aber nicht mehr. Ja, ja, ich seh den einen. Komm hierhin. Jetzt. Da rechts sind beide. Okay, schieß, schieß, schieß. Er hat ihn hingelegt. Ich geh gleich an den Drop, der hinter uns landet. Schieß mal den Buggy kaputt. Ich hab ihn nochmal. Ich hab Buggy. Okay, der Buggy ist auf jeden Fall vernichtet. Wo ist der Drop? Der Drop müsste eigentlich runterkommen. Ey, er ist da. Er ist da. Er kabbelt da. Er kabbelt da. Er ist wieder draußen. Also es ist halt wichtiger, das. Wie den jetzt büllern. Es ist nach dem ABM. Ah, hast du ein bisschen 7-6-2-M. Ne, sie laufen beide. Ich hab sie beide kriegen. Hab sie hingelegt. ABM liegt hier. Ja, ja. Alle, sie laufen da immer noch. Du kannst nur noch einmal haben. Ja, ich bin bei einer. 105, 105. Am Stein. Und dem Baum. Ach da. Ne, vorne. 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 Ich träum sie doch gerade. Hab beide. Hab beide. Da ist sie am Stein. 95. Ach so. Ich hab zwei Leute getötet. Versteck dich. Muss laufen. Warte, warte. Ich seh sie nicht. Ich seh sie nicht. Ach da. Ich kann nicht mehr Platz machen. Da rechts, Alter. Pass auf. Pass auf. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich muss kurz fallen. Leu. Rechts auch noch. Und links auch noch. Wir sind hier nicht drin. Ja, ja. Dann lass rennen. Dann lass rennen. Komm. Go. Oh Mann. Ich werfe noch eine Granate rein. Lass ihn nach da oben. Lass ihn nach oben zum Baum. Ja, 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 ja. Alter. Wie wir echt drei Gegner jetzt hatten. Also drei verschiedene Teams. Ich hab den am Stein nicht getroffen. Es tut mir so leid. Ne, ist ja egal. Ich hab zwei hinten noch geholt. Ah, da läuft er wieder. Hab's. Geil. Erst tot. Ausgenockt. Ich hab einen ausgenockt noch. Dann ist der andere weiter rechts. Der wollte zusammen mate. Der ist da am Baum. Der ist da. Der ist hier bei mir. Komme. Hier am Stein ist er. Am Stein, da kann ich was hinwerfen. Am Stein. Direkt hier am Stein. Sollen wir scheißen? Und einfach weiter gehen? Ab ihn, ab ihn, ab ihn, ab ihn. Einfach gehen. Ich hab aber von nichts mehr gehört wegen der Granate. Der hat eine Dreiegel. Ich will mich kurz hier oben durchkriegen. Ja, ja. Oh, da hinten geht die Party ab. Es sind nur zwei. Es sind zwei einzelne. Sonst würden die nicht schießen. Ah ne, 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 ne. Es wär gestorben. Ja, schade. Vielleicht in dem Haus? Ich weiß es nicht. Im Haus seh ich niemanden. Im Haus seh ich niemanden. Du bist da grad. Ich auch. Mach auch nen Koffer, wenn du... Ah ne, du bist bald. Okay. Ich will mich am liebsten hinlegen, falls es geht. Dann hier zu den Bäumen. Vielleicht auch einfach an den Abend. Leg dich auch mal hin. Oder mach was du willst. Ich bin hinterm Baum. Ich bin hinterm Baum. Rechts. Also rechts von dem großen Haus. Die müssen ungefähr hier sein. Oh Mist, ja. Dann bin ich ja voll obvious hier am rumgriechen. Willst du nach hier zu mir kommen? Ja, ich komm mal ja. Ich glaub ja, die versuchen gerade zu surrounden, ne? Ja, ja. Wir haben nen kleinen Vorteil. Ich renn mal hier an dem Baum. Weil da bin ich drin. Okay. Dann warte ich noch. Ich seh ihn. Äh, 120. Pieck noch nicht zu krass. 120. Ich seh ihn nicht. Ich seh ihn von hier aus nicht. Ne, ich seh ihn nicht. Musst zu dir kommen. Ah, ich seh ihn. Hab ihn zweimal. Ich fährt von woanders. Ja, rechts. Geradeaus der Baum. Geradeaus der Baum. Ich seh ihn. Ich hab keine Granate mehr. Ich seh ihn wieder links, glaub ich. Ich guck rechts. Verdammt. Ja, okay, okay. Ich hab kein Plan, wo er ist. Er ist halt fast tot, ne? Wir sind nicht drin. Wir sind nicht drin. Hast du irgendeine Granate? Ne, hab ich nicht, hab ich nicht. Ich werf mal nen Smoke gehen. Dann mal nen Smoke bei uns rein. Ne, ne. Einfach, dass wir nach vorne kommen. Ah, er läuft. Er läuft. Er läuft links. Nein. Ich hab ihn noch einmal. Ich hab ihn noch einmal. Er hat's hingelegt. Er hat's hingelegt. Ich bin froh. Habt ihr ihn? Habt ihr ihn? Habt ihr ihn? Okay. Ich bin in der Smough. Nein, ich liege. Ich liege. Geradeaus beim Baum wieder. Vor dem Baum. Schön. Oh, ach, kills. Fünf. Wuuuh. Alter, was war das denn? Ich dachte eigentlich, wir haben Ultra den Jackpot mit der Zone gezogen, aber es ging. Wir mussten beide ein Stück Moven. Ich dachte auch, wir wären drin. Okay. Dann bewerte mal den Part. Schaut in die Videobeschreibung. Da ist der Klaus verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, Leute.